Das Schlimmste war für mich ein 7. Stau. 7. Stau? Ein Hotel. Zehn hat das ja nichts, oder? Ein Hotel im 4. Bezirk. Aber da hat er nur 300 Fuß Kilo gehabt. Kann ich mich da hinsetzen, oder? Ja. 7. Stau? Da teig ich mir alles ablaufen. Ja, die Sonne. Das ist eine Strahle stehen, aber ich weiß, das ist eine Stalle. Ist das? Und dann kurz 6 her und noch 8. Ich komme dann rein, oder? Ist das so dreht oder? Wie schnell ist Waagli an der Schild? Ach so, eine Waagli. Was ist mit Waagli auch schon drauf? Ja, mit Waagli auch schon drauf. Ne, das Waagli auch mit einspannt. Ja, ja. Das du im Maus müssen kannst. Ja. Ich glaube, dass es so viele nicht da. Jetzt ist es noch viel los, aber normalerweise können wir auch wieder zählen. Wir wollen aber auch drei verdienen. Am Hengst haben wir Arbeit gemacht. Früher war der Schmied. Der Schmied, der Hengst, hat aufgehört und der Walder, die alle sind, haben den Hengst übernommen. Der Schmied ist da ganz groß geworden. Warum schickst du nicht die Karte? Es ist ja sauberer. Da liegt ja Karte. Da liegt ja Karte. Da liegt ja Karte. Da liegt ja Karte.